Der Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit Frefeleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Güter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Also den Spruch bringe ich jetzt schon seit Jahren und wer immer ihn gehört hat, wusste es geht um seinen Arsch. Der Pfad der Gerechten ist ein Mann. Der Vater der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit Krefeleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Der Vater, gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen mit der Streit der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Und ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten. Und mit Grimm werde ich sie strafen, auf das sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollbracht habe. Also, den Spruch bringe ich jetzt schon seit Jahren. Und wer immer ihn gehört hat, wusste, es geht um seinen Arsch. Musik 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 ARD Text im Auftrag von Funk